Na alle zusammen, hier ist wieder euer Tchela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns nur als Necrolord erspielen können. Und zwar schimpft sich dieses Akolytenverkleidung. Dieses können wir uns erspielen, wenn wir unseren Necrolord-Char auf der Ruhmstufe 20 haben. Dort geht dann nämlich ein neues Kapitel in der Necrolord-Kampagne weiter. Und zwar kann man mit Stufe 20 Kapitel 8 freischalten. Kapitel 8 spielt zu 99% hier oben im Haus der Rituale. Und zwar muss man hier, ja doch schon 10, 15 Quests, hätte ich jetzt mal gesagt, abschließen. Und am Ende dieser kompletten Questreihe bekommt man dementsprechend dieses Spielzeug. Was es macht, kann ich euch gleich mal zeigen. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier schon so eine Verkleidung. Hier oben haben wir es, Illusion, Illusionäre Tarnung, so heißt es. Man sieht jetzt aus wie ein Akolyt. Und diese Verkleidung spielt man quasi im Laufe dieser Kampagne-Quest frei. Kann sich dann auch hier in der Zone immer wieder in so einen Akolyten verkleiden. Und dementsprechend sind die Mobs auch mit einem verbündet. Selbiges soll das Toy dann auch machen. Das kann man dann theoretisch auch in anderen Bereichen nutzen. Und dementsprechend ist es eine ganz coole Geschichte. Zusätzlich ist es sogar noch hier so, dass man anscheinend das Toy noch ein bisschen modifizieren kann. Es gibt insgesamt sieben Modifizierungen, die wir uns sammeln können. Da gibt es dann auch nochmal ein extra Achievement für. Aber das werden wir uns dann im extra Achievement Guide Video angucken. Hier hinter mir, ich kann euch das mal zeigen, auf den Koordinaten 71, 32 gibt es dann auch so eine Puppe, die man einklicken kann. Und hier kann man dann die Modifizierungen quasi ändern. Man kann dann die Farbe ändern von Blau zu Violetta. Da gibt es vielleicht nachher auch noch mehr. Dann kann man auch noch ändern, dass man Accessoires mit dran hat. Ein Buch, ein Buch und ein Dolch, kein Accessoire und so weiter. Also da kann man dann ein bisschen was ändern. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel Buch und Dolch weggepackt. Die kann ich dann wieder hinbasteln. Und dann gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten. Man kann dann hier noch Mantel, kein Mantel machen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie hat das jetzt nicht so ganz funktioniert. Naja, müssen wir noch gucken. So, das ist jetzt soweit, aber nur die normale Verkleidung, die wir über die Quest bekommen. Jetzt werden wir das toll einmal ausprobieren. Akulyten Verkleidung, das lernen wir jetzt einmal und setzen das mal ein. Wir müssten eigentlich selbige Verkleidung kriegen. Sind die Mobs jetzt auch mit mir neutral? Ne, also wenn ich die Verkleidung benutze, dann sind die Mobs nicht neutral mit mir. Das geht wirklich nur über den Extra-Button. Übrigens, bei dem Toy steht dabei, dass es nur Leute tragen können, die quasi Necrolords gegenüber die Toy geschworen haben. Also ihr braucht halt Necrolord-Covenant. Hier in Maldraxxus hat es eine halbe Stunde Abklingzeit. In den anderen Gebieten ist es eine Stunde anscheinend. Gut, dann können wir jetzt mal schauen, ob wir auch die Toy-Gestalt hier ändern können. Jetzt tun wir mal die Accessoires wieder dazu. Okay, das ändert auch bei dem Toy das Ding. Also heißt das Toy, ach nein, ich kriege dann automatisch die Verkleidung drauf. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich die Verkleidung wegklicke. Ah, dann ist es jetzt aber hier nicht dran. Wahrscheinlich müsste ich das Toy dann nochmal neu aktivieren, wenn ich das hier geändert habe. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob es komplett dran bleibt. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, hier zu modifizieren. Ich habe jetzt halt erst vier Modifikationen. Insgesamt sieben kann man sich holen. Sobald ich alles habe, werde ich dann aber nochmal auch einen kleinen Video-Guide dazu raushauen. Also einen Achievement-Guide. Und ja, dann sehen wir uns dementsprechend dort wieder. So, nochmal kurz zusammensassen, um das Toy zu kriegen. Ihr braucht Necrolord, Ruhmstufe 20. Und ihr müsst dann die achten Kampagnenstrang abschließen. Und am Ende des achten Kampagnenstrangs bekommt ihr das Spielzeug. Wie gesagt, leider nur das Necrolord. Und ja, müsst ihr halt vielleicht mit dem einen oder anderen Twink den Necrolord nehmen, wenn ihr das nicht mit dem Main habt. Beziehungsweise später könnt ihr ja dann auch hoppen, wenn ihr die anderen Sachen alle euer eigen nennen könnt. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr es positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.